Die Antwort auf die Träume Hallo, mein Name ist Rehna. Ich bin der Entertainer, der dieses Buch geschrieben hat. Mir war fast. Erzala, Kapital 1 Sie lächelte. Ich lächelte. Leere Räume bis Kapital 20. Die Antwort auf die Träume. Der Charakter-Rehna bin ich und mein Leben ist so verlaufen wie im Prolog. So will ich sein, so will ich leben. Es kommt mir auch ab und an in der Lyrik Aussagen vor. Michafone, in der Sauna oder mit Männernländern vor. Vier Drachen und der Metall, das kennt ihr all. Ich hatte allerdings noch bis heute keine Frau im Bett. Und das fand ich gar nicht nett. Er lächelte. Sie lächelte. Ab dem ersten Kapital ist allerdings, allerdings alles nur noch Fantasie, meine Garantie. Mein Partner kam als erster gar, aber ich war immer ein Jahrta älter als das Jahr. Ich hörte damals immer kurz vor Höhepunkt auf und lächelte. Und er meinte, genau da sollte ich lächelte und nicht aufhören. Bitte. Nach einer Weile spürte ich das vertraute Ziehen und mein Leintuch stülpte sich über unsere Köpfe. In der Küche standen am Herd die Töpfe. Und von der Nacht mein Start, aber es hat er gar rief, nein, ich bin am Herd. Da, da, da. Mein Mai ist der Manns Mai, liegtmals vor ich Bäume. Und es war ein Tüchlein, kann fort auf die Träume. Als er das durch der Hand auf meinem Bein spürte, sagte er, jetzt mach weiter. Dabei knotete er meine Finger. Ich schrie auch. Er streichelte über mein Bein im Gemeindebau. Mit seinem Bein ganz fein, der andere lag bereits, fertig zu rändern. Die Erleichterung, als ich zum Höhepunkt kam. Ich rief an meinem Arm, bis die Kartoffelmürbe aus der Küche kam. Wann hat die Augen, lass, lass, der Gehlich-Buch. Wann hat die Augen, lass, die Liebe, lauf, wird zu rüben. Wann hat die Augen, lass, Listerrecht, Beulen, auf, wird zu rüben. Die Antwort auf die Träume. Hallo, mein Name ist Reina, ich bin der Entertainer, der dieses Buch geschrieben hat. Mir war Fakt, Ed Salah, Kapital 1. Sie lächelte, ich lächelte. Leere Räume bis Kapital 20. Die Antwort auf die Träume. Der Charakter Reina, bin ich. Und mein Leben ist so verlaufen wie im Pullover. So will ich sein, so will ich leben.